Oh verdammt Alter was Was runter mit dir natürlich das habe ich zu töten ja Arschloch okay ich kann dich sehen ich spreche dir nicht ich glaube nicht du kannst hier du planst uns zu töten Halt die Fresse Junge und geh sterben was ist das Benzinkanisse oh ne was könnte ich das gebrauchen dafür wahrscheinlich für den Aufzug wie viel brauche ich denn eins alles klar ja schön auf dem Aufzug runterfahren nicht im Aufzug ich kann mich grad nicht bewegen nach oben nach oben nein ich möchte nicht nach oben ich möchte sowieso raus hier noch ein Mensch wie kann ich dir helfen mein Freund mich so aussieht gar nicht ok muss ich jetzt lang hier lass mal hier raus lass mal hier raus lass mal nicht ich glaube in diesem Dust hier will ich nicht ein bisschen nicht klug hier rumzurennen und Energie zu verbrauchen aber ich bin ja grad noch nicht draußen also könnte ich das noch ich für mich gerade geht's hier ob lang ich bin nämlich nur ganz unten ah hier geht's lang ich dachte da wären Fenster boah es leuchtet irgendwas leuchtet da es leuchtet ein Kontrollpunkt Gegner zu überraschen ist eine gute strategische strategische strategie das wissen wir ja schon im Normalfall das wissen wir auch schon ich würde gerne mal etwas neues wissen boah verdammt ok ok wo muss ich hin da muss ich hin ich bin da mal etwas näher dran als sonst das heißt ich muss nicht den kompletten Weg zurückrennen was da ist hey du hey du willst du dich weg danke wie hat er dich erreicht hat du wirst dich nie wirst du dich nie wir werden dich es ist Zeit für dich wo was hey warte auf dein Fehler wir werden dich was 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 mein das einen Bogenschuss, also nicht schießen. Zurücktreten. Verschwinde. Panzerwäsche. Aber das war schon, mein Freund. Zack. Ja, don't mess with me, sag ich dir nur. Das so mittendrin zu rufen, das ist glaube ich jetzt nicht so so sinnvoll. Wie komme ich jetzt da raus? Das ist eigentlich das Wort, das ist abgesperrt. Was haben wir denn hier? Ersthilfekasten. Hier. Ein Sodagetränk. Was haben wir hier? Eine Weinflasche. Ist die leer oder voll? Okay, da geht's lang. Eine Wasserflasche. Okay, weißt du noch? Ach fuck, nicht schon wieder so. Zwei von den Typen. Ah, natürlich schieße ich auch noch daneben. Das muss ich treffen. Das muss ich treffen. Meine Zuden. Nee, du hast dein eigenes G Tomaten Tomaten Ok, das sollte jetzt mal ausreichen So, das war ein Henry Lassen wir erstmal hier zu Henry und sich aufladen Ja, aufladen als wäre ich so ein Roboter So Jetzt wieder raus Das sollte nicht so schwer sein, wenn da nichts im Weg ist Hoffentlich ist da nichts im Weg Ah Die Aliens greifen an, nooo Was ist denn das jetzt? Was leuchtet hier so? Alter, was ist das? Ist da oben irgendwas? Ne Ok We just go on Ah, da hat's den Punkt etwas verschoben würde ich sagen Ja, ja, wissen wir schon alles Wissen wir schon alles Hallo? Hallo? Henry? Ach, wieso liegt das Ding jetzt auf dem Boden? Hey Hallo? Hallo? Ja Da hat er sie gefunden Gibt es interessante Medienmaterialien hier? Die nützlich sein könnten zum Da ist er Ja Da ist er Ja Toll Toll Ich bin Woher ist er? Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ich bin zu dem Boden Warte, der sitzt im Rollstuhl Wie soll er die denn finden? Wir sind in der Die Wir sind in der Die 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 Ich 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 Find wir Wieso? Ich will die Pistole haben Mann Bitte Na je Jetzt hab ich noch einen Bogen Jetzt bin ich Und mein Bogen Gut Ich Den ganzen Park durchsuchen Wirklich Wenigstens Na der staubt nicht an mir das ist die falsche richtung ja toll soll ich denn suchen ist doch fast gar nichts ist auch gar kein damit auch kein ziel angezeigt ist richtig aussohnen kein ziel wird angezeigt soll ist doch gar nichts oder solche hochklettern logisch ich soll ein kind suchen das erste was mir einfällt klitter hoch ja geht so hoch ich muss drüber warum hängt das denn so unter mit dir ja das ist schon ein bisschen fähig das let's play muss man das muss jetzt schon sagen ja scheiße maus die anderen hängen bleibt ja soll das noch ein pfeil ich habe zwei pfeile cool wieso müssen die eigentlich wieso müssen diese typen eigentlich jeden arsch angreifen der gerade ankommt hier meine fresse die menschheit sollte sich in sonderer situation helft gegenseitig helfen und sich gegenseitig umnieten stöp stöp verdammt stöp ja fall doch um runter mit dir genau mit wem redest du mit mir oder was du wirst mich niemals finden hallo ich bin hier aber ich werde nicht sagen wo ich bin schreiten hier die ganze so schreiten hier ja der ist tot das ruhig ein bisschen höher springen können ein bisschen weiter natürlich ja ja ich bin noch fast tot Alter Ess-Hilfe-Kasten oder Schmerzmittel erstmal da hab ich ja genug von so hab ich eine Pistole hab ich jetzt ja jetzt hab ich wieder eine Pistole ja jetzt hab ich wieder eine Pistole ja ja jetzt hab ich wieder eine Pistole wo geht's wo geht's also toll da bin ich hochgegangen und jetzt hat mich viel gebracht gut ich bin ja ich bin noch ich bin noch wer hat ja was ist das Ah, natürlich. Mitten im Nirgendwo. Ach komm, warum? Das kommt auch nur an. Das geht, das tue ich mir nicht an. Stimmt, ich bin letztes Mal hier durchgelaufen.